Der Sturm soll echt heftig werden. Dann muss ich jetzt los. Sag deinem Dad alles Gute zum Geburtstag. Ich liebe dich. Ich dich auch. Das ist sehr gut, meine Große. Tut mir leid, ich möchte Sie nicht stören. Ich hatte nur gerade einen Autounfall und es ist kaputt. Oh, alles okay mit Ihnen? Ich habe nur einen Kratzer schon. Könnte ich vielleicht Ihr Telefon benutzen? Ich muss noch nicht mal reinkommen. Ich bleibe hier stehen, Sie geben mir das Telefon und schließen die Tür. Ich, ich esse gerade mit meiner Tochter. Ich komme gleich wieder. In Ordnung, danke. Jemand muss unser Telefon benutzen. Okay, auf geht's. Los, spring und rauch bis zum Himmel. Sofort runterlassen! Bitte. Bitte was? Sie müssen das nicht tun. Bei deiner Intelligenz hätte ich vermutet, dass du weißt, was für ein Spiel wir inzwischen spielen. Polizei, Notruf? Hallo, ja. Hier ist ein Einbrecher in meinem Haus. Beeilen Sie sich. Mr. Tepplinger ist ganz schön widerwärtig. Aber nicht ganz unattraktiv. Ich hörte, Sie veranstalten heute eine Seance. Die Planeten stehen gerade im Einklang. Ich rufe nur...